Die anderen aber mehr Charakter haben irgendwie, ne? Ja, es ist halt hier schon moderner Standard. Aber ich denke auch damals, als die Guterwagen kamen, werden auch so viele Leute geweint haben und gesagt haben. Ja, schön gehalten. Man muss halt einfach irgendwann sagen, muss man halt auch einfach modernisieren. Das ist halt irgendwann notwendig. Aber die Details, ne? Ja, hier ist alles schön glatt und so. Da fehlen natürlich die Details, aber für den Benutzer ist das gemütlicher beim Fahren, finde ich. Hat man bei dem uralten Bus zum Beispiel gesehen, ne? Das war kein uralter Bus, das war mein Lieblingsbus. Ja! Der ist extra organisiert. Ah, der ist super, echt? Ja, der ist toll, ja. Der ist toll, deswegen habe ich auch dafür gesorgt, dass der kommt. Nice. So, dann will ich mal nicht zu lange hier sitzen. Ja. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen feinen Tag. Geben so. Tschüss. Tschüss. So, geil, geil, geil. Ich bin sehr zufrieden. Und absolut nice. Der ist ein Modell, der einstraten war. Echt? Ja, noch weiter hier, hammerhart. Hast du gesehen, ich müsste extra klopfen. Du warst so geschockt. Ja. Ja, ich habe schon gemerkt, ihr habt es schon gesagt, ich soll kommen und so. Und gucken in die Richtung, die jeweilige. Oh, das ist ja ein hübsches Modell. Nice. Ich habe eine Idee. Ich filme jetzt von der anderen Seite. Und dann kommt mir auch keine Leute so rein. Broody, das sieht ja aus wie das Original. So, dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Auf jeden Fall sehr nice. Ich bedanke mich für´s Zuschauen. Makefine is over the Magic Monsieur aus Indes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.